So, da sind wir wieder zurück zu dem Binary Domain Multiplayer. Wir haben uns mal jetzt eine andere Karte rausgesucht. Das ist der Agrar... Wie hieß das? Agrar... Barhof... Irgendwas mit Agrar auf jeden Fall. Oh ja, ich glaub wir sind hier falsch. Ja. Underen Punkt, obwohl. Na, warum denn nicht? So, hm. Aber wir spielen einfach wieder so weit wie es geht. Das ist wieder dieser Invasionsmodus. Dramatische Rolle. Alter, ist diese Map unübersichtlich. Dann weiß ich gar nicht, wo gar nichts ist. Ich find hier so urtoll. Nur mit Sekundenzeiger. So eine Uhr will ich auch haben. Wie spät es ist? Ja, vor zwölf Minuten war es genauso spät. Aber ich glaub, in der Map muss man sich einfach in diesem Punkt verteidigen. Ja. Und das hast du sonst keine... Ach toll. Erste Welle und ich hab mich eingekillt. Okay, dann teilen wir uns auf. Töchigen in diesem Gang hier. Ich bleib hier. Ich lauf im Kreis. Ist auch ganz spaßig. Ah, da kommen Schilder. Nicht schon wieder Schild, wie Niki, du musst auf Schild musst du draufhalten, da kann ich nichts machen. Wohl, doch, ich kann aber im Kreis laufen. Wo wollen die denn hin? Schildi, schildi, schildi. Achso, die kommen doch. Okay. Attacke. Frontalangriff. Schieß auf die Füße. Wollte es gerade sagen. Niki. Ja, das hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Nein, nein, duken. Aber ich lebe jetzt zum Glück wieder. Hö, 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 ich lebe wieder. Oh, ich bin Superman, ich überlebe sowas. Absolut. Scheiße, Rückzug. Okay, sowas mach ich nie nochmal. Tick, 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 tick. Ahaha, ich hab ihn getötet, indem ich ihn auf seine Füße geschossen habe. Mein Gott, ich bin schwerer Artillerie. Ich bin der erste Ebene. Ich sehe aus wie so ein Bergarbeiter. Was hat die da immer noch nicht verstanden? Doch, jetzt. Ich mag die Schild, für sie es nicht. Aber letztes Mal waren wir bei Runde 10. Mal sehen, weil diesmal kommt. Ja. Ich glaube nicht so weit, weil die Map scheiße ist. Ja. Vor allem, ihr musst nicht dieses Magazin, muss ihr da gar nicht reinlegen. Das ist automatisch, hat sich das sofort an. An die Kabeltrommel. An die Kabeltrommel, an die Magazintrommel. An die Kabeltrommel. Alter, scheiße, die sind immer so weit weg, das ist voll kacke. Janik, sind bei dir auch welche? Ja, aber ich komme mit klar. Ich komme auch mit klar, aber... Das Schöne ist, die müssen über diese Welle rüber. Und während sie da hochgehen, kann man immer schön Headshot geben. Ja, das ist hier ein bisschen blöd, weil die gar nicht hochkommen. Komm her. Ich vergriechen sich bei mir, da hätten alle. Ja, bei mir auch. Der Frontaleingangriff. Ich dachte, du wolltest es nicht nochmal machen. Wir werden jetzt anderes sitzen. Bei mir kommen gar keine mehr. So, einer. Ja. die Begegnung auf eurem Seite die Kompetenz von unten nun mal achte kommen das Achter das hat das in die Welt scheiße sie sind überall aber stört ja auch schneller ist bei der Kampagne ja wie ist es nicht mehr als die Kampagne auf um naja bin er schon wieder drin er 3 um um es fest sie ist mir und übel schnell wie du bist tot das ist schön da möchte ich deine Waffe nehmen hat sie kein Minipig das ist doch nicht gekauft der ich will meine Waffe erlebt doch jetzt hier er erklärt wird aber ich habe eine Waffe das war nicht so schön aber da kommen sie die von Röden waschen sich der Schäger jeweils und ich bin schon mal nicht und so zieht auf den Briefschlitz bei einer Tür auf die Füße er hat vielleicht mit eurem Gewehr aber mit meinem wir sehen mehr es gibt das Wort der ist die Stilz auch so die Kürze schon von der Seite meine kommt noch was wir gehen das nicht aber man rennt und bietet wenn man Sprinter trotzdem so langsam er hat das verpasst von der Pflege und läuft schneller aber er wird es noch kommt denn nicht die Gäste weiter von der Seite ich mag nicht mehr nein ist zu und über sich auf ab in die mg haben geht das Granate nein ich so ein Jahr Prozene Probe und Wofür wird das Teil im Geo wenn wir keine Abkommen komm in der WM ich bin ja Nenni passt schon Unschlüsse gar nicht gesehen eines ein Wurzender Schell wird scheiß Typ er ist hier bei mir gehört bei der Munition geht auch nicht so wie anders zu allein nachladen und sich irgendwie hinsetzen oder so meine Pause machen ein Konzert du kannst du da waren wir müssen nicht auf Essen geht weiter von Schöpfe Klasse wechseln kann Nein, ich bin wieder... Nein, ich bin Soldat. Auch cool. Kommt ein Schildtyp. Du musst die abschießen, wenn die gerade runterfallen, weil die dann ihr Schild noch nicht davor haben. Sniper wär ja auch ganz schön. Sniper ist allgemein nicht schlecht, aber das Problem ist, dass wenn man halt schwach ist, kann man sich nicht in Not für einfach wild drauf losschießen. Scheiße. Meine Munition ist nicht leer. Schieb mich auf... Oh, ich dachte schon. Sie ist aus meiner Deckung groß gewesen, ne? Weiß ja. Ja, ich greife jetzt hier schon zu meiner... Weil ich sterbe, aber wenn ich noch die Knie schieße, also. Das stimmt allerdings. Den einen gegen die Waffe, der Sniper hat ihn getötet. Das reicht nicht. Das ist meiner. Ja. Ne, Janik, die Todespistole. Nein, okay. Er ist süßlich ja noch Janik. Die Todespistole. Ja, die war... Das lässt sich die nachher heute. Ja. Sie kommen. Ach, oh, scheiße. Ja, sag ja. Wir sind auch irgendwo anders. Meine Mitte kann sich schon einmal ganz rumkann. Boah, Flüchtungsversuche, ey. Ich weiß, das ist noch irgendwo einer. Ach, da ist der. Ach, da. Okay. Warte, warte. Da schießen wir hinten. Mir geht ja auch eigentlich nicht wirklich so darum, wer die meisten Kills hat oder so. Ne, ne. Viel Glück. Es geht darum, um zu überleben. Ja. Oh, scheiße. Jetzt kommen, glaube ich, fette Leute. Habt ihr gerade diese Sirene gehört oder so? Ich hoffe mal nicht. Na, wäre ja nicht schlecht. Wahrscheinlich dann von unten, weil die klettern ja, glaube ich, nicht, oder? Na. Bei Affenroboter. Ja, da hinten, da hinten. Da ist gar nichts mehr. Ja, ich sehe. Hey, ich nehme. Von wo? Ach, du, der fällt überfass. Da wird aber noch gleich ein zweiter kommen. Nein, ich will nicht darüber springen. Von hinten. Ich gehe auf den noch. Von hinten. Komm. Wenn die jetzt zur Not auf Tod hauen. Scheiße. Beide Waffen leer. Ja. Ja, nix. Stirb endlich. Lass mich auf gar keinen Fall treffen. Das Problem ist, ich will... Ich brauche deine Waffe jetzt. Vorsichtig. Und dich. Aha, ich war völlig recht, deine Waffe. Tod. Wie? Muss ich ihn jetzt alleine fertig machen, oder was? Ne, ich hab' den Herkules gekühlt. Ne, ich hab' den Herkules gekühlt. Wie? Und euer lebt noch? Was macht ihr damit? Was macht ihr damit? Da ist er tot. Hä? Wer hat das denn jetzt bitte gemacht? Der will mich doch verarschen. Ja, sowas bei mir war auch. Ey, der hat uns einmal Headshot gehen sofort tot. Okay, war noch nicht mehr Headshot. Ich weiß es nicht. Was macht ihr denn da? Das will kill ihn. Gut, schön. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Sachen kaufen. Oh, endlich. Ich kann noch nicht. Ich will mir auskaufen. Nein, ich will auch nur die Medicate. Ah, ich hab' da rein. Ja, hier 1.550 Punkte. Ja, nichts, nicht traurig. So, Soldaten, Ausrüstung, Medicate, 2. So, Zell Medicate sind noch schneller Waffe. Die Raid. Ja, die hat sich richtig cool. Und noch eine Pistole. Und noch eine weitere Zwei Haftgranaten und fertig. Ich will noch eine Haftgranate. Reit. Nein. Ich hab' noch ein Platz frei. Was hab ich denn noch drei? Oh, scheiß ich dir direkt vor dem Raum? Oh, ich hab' das selber. So, hinterher, ja, nicht. Alle tot. Stöpft Oh, wegrennen Ja, wir würden hier die ganze Zeit angestrieben Ja, das ist so Wir die raiden? Ja, haben wir die Waffe schon raiden? Ich hab die Ich hab das so eine Silber Ich hab das so eine Silber, ne? Ne, das sieht so aus wie ein AK Dann hab ich die gar nicht gekriegt Ach, du hast ja denn die Waffe von den Gegnern gekauft, sag ich jetzt mal Hä? Aber warum hab ich die denn nicht? Achso, doch Die muss ich nur noch ausrüsten Mit zwei, ne? Ne, mit drei Sind die Raiden gut? Ja, die Raiden ist gut Schieß vielleicht mal durchgängig Das ist der Affen Alter, was? Wer hat diese Affen hier ins Spiel gelassen? Wer kommt denn auf die blöde Idee und macht Affen ins Spiel? Okay Kann man sich irgendwie Gorillas sein, die schön langsam sind? Nein, das müssen solche Killer Affen sein Wow, wow, wow Ja, ne, komm in die Mitte Was ist das für eine Treppe? Hör Hör Das Problem ist, du kannst dich ja an Grüne Einheiten, die waren dich ja noch sogar froh, wenn sie kommen, wenn sie erschießen Weil die Affen, die kommen ja dann an Massen und siehst sie einfach nicht Ne, doch, die Affen hörst du Die Affen hörst du sogar sehr gut an ihrem Geklapper Ach, dich war nicht drauf Aber was schießt ihr denn da? Affe! Da ist noch einer Hab Gut Wir werden hinter uns jetzt kommen Ne, einer ist da noch Ich dachte, hier haben wir alle gekriegt Ne, zwei sogar noch Das sind jetzt letzte Zeit Naja Ja Wo macht man das? Rundern Einfach hin rennen Und reinrollen Mit 3 Runden haben wir so nen Report Hier mit Doppel der Taste rollt ihr, ne? Ja, ne? Also, mach ich da nicht Ich hab' man wohl auch schon bei einer Janicki auf die andere Seite Hier? Ja, ich bin da Auch Schild, na toll und wir haben nichts gegen Schild dabei Beuchten und Typen mit RPG Ne, gibt's doch nicht Das ist überhaupt RPG Doch, es muss man sich aber glaub ich kaufen Ja, einfach schon von der Punkte Ne, hier ist nichts Alter, hä, guck mal wie hat der mich den jetzt umgebracht Was für Medikids? Das ist in Wirklichkeit, ist das Heroin Kommt von hinten auch welche? Ich geh' mal rum Ne, ne? Noch nicht Ich lauf rum Okay Oh doch, hier kommen Affen Ah, Affen Scheiß, Affen, ey Da kommen wir Affen Yannick, Yannick überall, hinter dir Ja, Affen Wir sind überall Fuck, man kann eigentlich Man kann nicht ganz im Kreis laufen Kommt nur hier wieder hoch Ah doch 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 doch, dann weiß ich das Affen Affen Fuck, wir kommen nicht hoch, ey Und Schild So, ich hol' die mir jetzt mit dem Schild Achtung, Affe Nein, sie haben mich entdeckt So, ich hab' sie, ich hab' eine Granate geworfen Jetzt musst du sie nur noch kaputt schießen Fuck Oh scheiße, ich hab' sie umgedreht Oh scheiße, ich hab' sie umgedreht Nein, ich hab' Schiff gedrückt Haaaah Panik Oh scheiße, sie sind Schäler Kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück Ja, komm' zurück, komm' zurück Ja, sehr schön Ja, komm' mein, komm' mal hier wieder her Ja, jetzt, jetzt kennt man's Ohl, liegt Munition Hier drüben Okay Hier drüben liegen zwei Ja, zwölf Schuss Hier drüben liegen zwei Packs Wir müssten hier eigentlich auch welche liegen Ja, vier Packs haben wir Ja, da kommen Affen, da kommen Affen Über die Hauptgänge kommen Affen Ja, Tilda, du hast recht, die kommen wirklich gut an Ja, Tilda, du hast recht, die kommen wirklich gut an Ja, Tilda, du hast recht, die kommen wirklich gut an Schöner Kampf, oh fuck Ja, Nick, unter dir Hinter dir, hinter dir Na, was? Hab ihn Alles noch mehr Affen So, denn, da War's noch nicht Ja, jetzt kommt wieder Typ mit Schild, glaube ich, ja, nicht hinter dir Wo, wo, wo Ich gehe auf die andere Seite Ach, die kommen auch Ach, die kommen auch Die kommen auch durch die Gänge und sie wieder Ja Jo, hab ihn Und man kann die auch immer gut ablenken So, ähm, meine Seite, ich lenke die Schildputzen ab Die Grüner Die Scheiße Die Grünen kommen Die wollen bestimmt die Umwelt So, der eine hat sich jetzt komplett zu euch weggewandt Abgewandt Ja, die Grünen sind ja die Schlimmsten Die Roten sind ja das Problem Alter Scheiße, eine Granate Fuck, 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 fuck Aber ich kann mich nochmal wieder beleben Hier sind welche Nein Ey, wie hat der das gemacht? Oh, ich hab noch Medikids Was machen ich denn jetzt Sorgen Ja, ich bin tot komplett Hier sind richtig viele Warte, ich komme Nein, belebe mich nicht wieder Nein, nein, soll ich nicht wieder beleben? Ach ja, fünf Tickets lohnt sich nicht Ich hab meine Kills noch gemacht Oh nein, nicht sterbe Ohohohohohoh ich bin ja nie das lohnt sich wirklich nicht wichtig wie aber hier kann man ganz gut gucken wo die anderen kommen das lohnt sich hier Achtung Till links von dir rechts von dir unten in den Gang ist keiner mehr Jannik lauf rüber und dann links Till jetzt links Achtung da Achtung er habe ich doch erst bei mir Parkmann im Monat weil ich habe auch zeigte Hauptaarzt liegt gerade ein wenig bei mir auch gehofft Internet Juli der eine Achse wurde schon geiler da ja finde ich auch ich sage ja gar nichts dagegen geht man hat sie dann kann man sich der Milch kaufen Dill es geht es wieder und die zu hat einer von den zwei Leuten die das Internet benutzen aufgehört wo ich überlasse das Inhalte schon bei zwei Leuten es ist komisch ist bei mir wird das Internet besser wenn mehr Leute drin sind wenn ich nicht sein wirklich so der Vorwärmliche alleine bettet die Spieler dann habe ich ein PING von 57 oder so wenn man Fahrer mitspielen habe ich ein PING von 30, 42 Affen Wow Scheiße das Lied ich hab kein Primatenhaus ich hab nur noch eine Zipfel hier ey wenn du tot bist dann hast du die deine Waffe die du gekauft hast Achtung Affen Achtung Affen Scheiße ich brauche eine Deckung Hercules Oh das ist ein fetter Schnauze bei mir hinten auch Schnauze weil davor kommt es nur zwei Schildschilden ja das stimmt andere Wochen wenn ich Scheiße ja Schilddiepie ist bei uns weg ich bin alleine ich blute grad ziemlich ok ich glaub ich bin tot ja ich bin tot soll ich dich wiederbeleben Achtung warte ich muss hier grad ok warte das war richtig knapp Janik ist der Herkules drüben tot nein 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 Scheiße Schilddiepie auf die Füße müssen wir schießen ich hab nur noch drei Schuss ausgucken Achtung Achtung ja nicht das machen hier ist ein Herkules er ist die größte nein ich bin tot aber ich hab noch ein auch aber näher so schnell schnell ich bin hier Janik Lengenabschiedsdorf Flüchtungserwerke ganze Waffe Alter, stirbt ihr denn gar nicht? Nein. Schau weiter drauf, haltet. Wir müssen kappen. Andere Seite. Ja, sehr schön. Jetzt noch auf meiner Seite. Aber ich komm hier unten nicht mal raus. Bleib, bleib da unten, hey. Wow. Ich geh jetzt, wenn ich hoch. Und kill. Wo ist der erste Herkuliff noch? Ist er bei euch? So. Ich will mal ne Granate werfen. Uff. Mach das mal. Du hast das Gefühl, dass das gar nicht drüberfällt. Doch. Davon gehen die Rüstungsteile von denen kaputt. Geist doch bei, Leute. Jetzt kommen sie hier. Zeig's kaufen. Oder? Ne. Ja, eigentlich schon. Doch, müsst ihr kommen. Oder? Oh yeah. Ja. Ich muss mir mal angewöhnen, weniger zu sterben. Hat er ganz schlecht angewöhnt von mir. Ja, Soldat. Wie all meine Mannschaften schon. Ich muss mir die Räden wieder kommen. Das ist ja nicht schön, ne? Ja, ich auch, glaube ich. Nein, jedenfalls hol mir die Rauf. Ja, 8, das ist geil. Können Granatenwerfen wollen. Ähm. Ah, eigentlich hab ich jetzt voll viel verschwendet, aber egal. Ja, ich auch, aber was sollst. Ich will noch Granaten. Ah, yes. No. Sniper, Sniper, Sniper. Ja, genau Sniper auf meinem Kopf, ey. Äh. Scheiße, Deckung, Deckung, Deckung. Wow, wo sind sie? Eigentlich nicht gut versteckt. Ey, die hängen an der Wand. Die haben die da wirklich aufgehängt. Hab einen. Ja, ich hab mir jetzt ein Schild gekauft. Ist das besser? Hab einen. Ja, aber man hat einfach Deckung vor Gegnern. Man ist zwar nicht mehr so schnell. Hingegen offen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen scheiße. Und man kann nur eine Pistole benutzen. Hast du dir denn die bessere Pistole gekauft? Ich bin nämlich erst die Raiden gekauft. Das war ein bisschen blöd. Bleiben nur noch zwei. Ich kann nur Notfall das Schild auch wegschmeißen. Wo ist der Letzte? Ja, ist die geil. Ich hab diese... Ich hab die Waffe von den, ähm... Robotern. Ne, ich will die nicht so gut nehmen, oder? Ich find die voll lustig. Wohl wahrscheinlich ist sie genauso gut wie die Raiden. Ja. Ja, wo ist denn der? So, ich geh mal ohne Schild jetzt hier mal. Wo bist du? Komm raus. Ja, guck mal. Das ist ein richtig guter Scharfschützer. Ja, weil sich zu verstecken. Ja. Aber auch nicht zu treffen. Wollt ihr die einmal vom Scharfschütz und abgeschossen? Ich nehm mich auch nicht. Nö. Ich denk, in meinem Keller sind sie jetzt hier nicht. Was? Man kann ja mal kurz, oder? Ja, wir sind auch mal unten in den Langteil. Ich hab'n. Ja, danke. Wo ist der? Wo ist der? Wow. Der war richtig gut versteckt. So, ich muss jetzt wieder ganz schnell da auf die Plattform. Mein Schild wiederholen. Wo sind die aufgelöst? Steht echt scheiße. Die hat mich über die Plattform gekostet. Das lag wahrscheinlich hier, ne? Wo ich jetzt bin. Da war so ein Binken, das Teil. Und da war es auch einmal wieder weg. Aber warte ich auf die andere Seite. Gold, da sind nämlich welche. Na toll, bei mir nicht. Doch. Sniper. Ah, die Affen wurden abgeschafft. Die waren so zu teuer. Oh. Scheiße, sie machen deutlich mehr. Oh, Scharfschützer. Oh, scheiße. Die bronnene Deckung. Aber wieder hoch. Aber sind Dürmer. Kaltene Deckung. So. Oh, ich bin tot. Was ist das denn? Auch tot, Janik. Oh, scheiße. Ja, aber ich hab noch Medikaps. Ja, tot sind wir ja eigentlich denn nicht. Hä? Ich bin doch tot. Ich bin doch richtig tot. Hä? Hast du echt gedrückt? Ich bin nicht denn gestorben. Ja, hab ich. Wahrscheinlich wurde auf mich geschossen, als ich am Boden lag. Was machen die, weint? Ja, das kann gut sein. Doch, teilweise machen die das. Na, ist eben noch einer. Ja, aber ich dachte, du hast deine Zeit noch wieder nicht. Äh, deine... Bekaufte war. Doch. Nö, sie sollte ein Töckern. Hoffentlich nicht. Wer scheiße. Das ist bestimmt wieder ein Töckner. Wo ist die denn schon wieder? Ja, das sind immer ziemlich ungänziger Spawnpunkte. Ich guck mal in, äh, an die Kamera. Einfach mal mit Tabulator durch, durchtappen. Kasten? Ich hab wen. Ich hab' geschossen. Ich hab' geschossen, aber ich weiß auch nicht, von wo. Links, links an dir. Links. Ja, wo müssen Sie ihn sehen? Niklas hat gekölt. Ich hab' ihn nicht gefunden. Das ist wirklich übel CRK. Ja. Ich glaub' ich nehm' beim nächsten Mal die Sniper. Ja, mach' ich lieber auch noch mit. Weil die macht so ganz schön, wirklich. Bei Herkules brauchst du ein bisschen mehr, aber Affen. Und Schilder, Leute. Mensch. Affen. Da hinten war ein Schildtyp. Ah, der kommt da jetzt. Warum können die eigentlich... Die können, ähm, Schilder... Ich hab' keinen Medikid mehr. Ja. Hast du deine dritte Waffe... Deine... ...zweite, dritte Waffe noch? Äh. Alter, Affen. Affen, die kommen auch von unten jetzt. Da ist der Kanalisation gekrochen. Slipers. Ja, die sind hier in den Rang gelaufen. Auch in den Gefahren. Affen. Aha. Ich hab' noch ein Sniper. Ich hab' noch ein Sniper. Hinter dir. Hinter dir. Hinter mir. Hinter mir? Ach so, hinter mir. Ach, die Sniper brauchen mich. Na, die sehen ja immer mal den Kopf an. Den kenn ich mich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, weil wenn du Pech hast, mach' nicht sogar One-Shot. Ja, ich stört mal wieder, ich brauche das mal wieder ein Kameramann. Haha. Das kommt vielleicht noch auf der anderen Seite. Ich werde es vermeiden. Kann mir anders mal den Kameramann spielen? Oh. Oh, chilltypi. Da hinten. Ich seh' keinen. Ist schon. Ist er tot? Nee da. Naja, er lebt noch. Die Deckung hier ist nicht sicher. Ist tot. Ah, er ist hier noch irgendwo. Musst euch immer nur auf die erhöhten Punkte stellen, dann kann ich ja nicht. Ah, hier. Hier ist noch ein Shell-Chip gekommen. Warte, ich kann ihn versuchen abzulenken. Ich versuche ihn immer rumzulenken. Ja. Hey, nach Rückkehr zu rollen, das ist doch mal geil. Hä? 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 Was ist hier? Ja, ich kann die auch. Aber nicht rücklaubs. Warte auf jetzt. Haha. So, schenzt euch wieder. Die Runde 14 beginnt. 14 Feinde. Wir haben uns verbessert. Trotz dieser Scheiß-Mette. Meine Maus! Gibt meine Maus nicht! Panikattacke, Panikattacke Batsche, ich leer Janik, kannst du mal eben auf mich aufpassen im Hotel Ich sitze da in der Mitte rum So, ja, ich bin wieder da So, ich bin wieder da Aus irgendeinem Grund ist meine Maus ausgelangen Das ist mir doch nicht schon mal passiert Ich weiß nicht wieso Auf der anderen Seite sind keine Shailchip Wow, nee, die kommt von unten Jetzt kommen die aber auch von der anderen Seite Zwar nicht alleine Achtung, hier, wo ich bin Komm, richtig, richtig viele Ey, ich hab mich grad wiederbelebt Scheiße, jetzt bin ich auch tot Ach, da sind richtig, richtig viele Los, Kameramann Da sind zwei Sniper, die kommen Oh, scheiße, scheiße Janik, hinter dir sind zwei Sniper Till, 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 Till Zielt auf dich gleich Till, oder hinter dir Ja, schieß erstmal die vor dir ab Hinter dir Janik, geh hoch Zielt auf dich, zielt auf dich Du, sei es aber blutgespritzt Los, los, steh auf Hinter dir Hinter dir Andere Richtung Andere Richtung Andere Richtung Du musst gegen den Uhrzeigern laufen Till rechts Rechts Rechts, rechts, rechts Noch weiter rechts Das sind jetzt zwei Sniper Janik, äh, rechts von dir Da, siehst du den? Das ist ein Sniper Till, da wo eben der Sniper Aber da kommen noch mehr Grüne Da kommen Grüne, hinter euch Okay Ich guck mal die Gang Ja, ich mach gleich Ah, jetzt, Mensch Nervt auch jetzt Oh, sogar ein Schild Sind noch Ein paar Sniper sind auch noch da Das Ich brauch Muni Nein, Janik, hol dir nicht die Muni Du stirbst dabei Links von dir sind Links von dir sind zwei Grüne Und rechts von dir ist ein Schild Typ Achten, Till, da ist noch ein Sniper Ja, ja, ich seh sie Genau Till schiegt erstmal den Schildtypen ab Ja, was hab ich dir gesagt, Janik? Was hab ich dir gesagt? Aber nein Komm, nervt mich Ja, nee, gut Nein Ja, noch ne Tötung Ey, ich hab doch mal ne Granate geworfen, oder nicht? Das sind die 3 und 1 Sniper Wer steht da noch irgendwo? Ja Wo bist du denn? Da Kommt langsam Wenn der Schildtyp zu mir kommt Ist jetzt da Schießt auf dich Weil das du gemerkt haben Das sieht ein bisschen bescheuert aus Ja, das ist aber die beste Technologie Ach, bei mir wechselt ja automatisch die Kamera Ach, das ist so spannend Das ist richtiges Entertainment Achtung, 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 der schießt gleich auf dich Der Schildtyp Wen meinst du? Ja, da war noch irgendwo Ja Wo ist denn der jetzt? Äh, oben, auf dem Fall Auf diesem Podium da Das weiß Sniper so noch da Mehr nicht Wo denn der Eindruck steht in irgendeine Ecke? Ja, da weiß Tee sofort, wo es ist Ja, da hinten, Boykomo, 18 Im äußeren Ring Steht einer Hast du den Snipertyp oder den Schildtyp umgebracht? Gut, da wo du jetzt bist Müsste vielleicht einer kommen Snipertyp Ja, ja Und ein Sniper Nee, ein Schildtypi Ich habe still einen Sniper Kamera 6 Du kannst die Kamera auch zurück machen Äh, ich glaube Maus 3 Wie? Also, mit mittlerem Maustaste Stürb mir jetzt hier nicht weg Ja So, okay Tappen mittlerem Maustaste Jetzt jetzt noch den Sniper Ha Jetzt stirbt dann den Sniper Das ist ja richtig Wohoho Ja Junge Schön Das Schlimmste kommt noch Kein Medikit mehr gehabt Keine Granaten mehr Scheiß aber auch Scheiß aber auch Und nächste Runde Willst du mich verarschen? Wo ist, wo ist Baunter? In der Mitte Oh, ich kann schon wieder nicht kommen, ey Wie viel kommen? 30 Schildtypen Wenn wir das überleben würden, ey Wenn's ehrlich Sind Schildtypen Wenn es keine Schildtypen sind, ist alles in Ordnung Sniper Och, Schildtypen Und wo? Die schwenken aber ganz gut Scheiß doch Aber bei mir bisschen auch Und noch mehr Schildtypen Ich gucke mich um die Ja, nicht auf die Füße Ich lenke ihn ab Was? Nein, ich bin tot Ganz 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 Hab keinen Medikit mehr Scheiß, irgendwas trifft mich Kann das sein, dass ich jetzt noch der Einzige bin? Ich sterbe jetzt hier auch gleich Was sagst du so leicht? Die Füße Die sind überall, die Viecher Ja Ja, da konnte ich jetzt aber auch nichts mehr machen Ja Das waren einfach zu viele Ich sehe ihn gar nicht mehr Recht von dir Nein Ja Aber ich glaube, wir hätten auch noch länger ausgehalten auf den anderen Map Ja Ja Ja, auf den anderen Jahren hätte man sich schön in die Mitte setzen können Neuer Rekord Ja, haben wir auch erst einmal gespielt Ja, ich auch Gut, das war's dann wieder vom Binary Domain Multiplayer Bis zum nächsten Mal Ja, ich weiß nicht mehr Nein, ich weiß nicht mehr Das war's dann halt uma Ja, ich weiß nicht mehr Ja, ich weiß nicht mehr 've Vielen Dank.